hallo und willkommen zu meinem neuen video hier in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr eure vorschaubilder oder video vorschaubilder oder auch thumbnail genannt sichern könnt das heißt ihr habt irgendwann ein video erstellt habt dieses vorschaubild erstellt und mit dem video auf youtube hochgeladen und würde das jetzt gerne wieder herunterladen weil ihr keine sicherheitskopie mehr habt das geht folgendermaßen wir schauen einfach mal auf meinen bildschirm wir sehen hier meine erstellten videos und wenn ich jetzt hier ein video vorschaubild herunterladen will geht das folgendermaßen ich öffne das dementsprechende video hier im standard bildschirm sehen wir nun unsere automatisch generierten vorschaubilder und unser hochgeladenes vorschaubild in diesem hochgeladenen vorschaubild finden wir hier eine option oder ein optionsmenü diese drei punkte wir klicken darauf und hier haben wir zwei punkte wir können das bild hier bearbeiten indem wir einfach ein neues hochladen oder wir können es herunterladen wir klicken einfach darauf das bild wird nun wie wir sehen hier im browser geöffnet und hier klicken wir einfach mit der rechten maustaste auf das bild und klicken auf bild speichern unter und wählen uns einen dementsprechenden speicherpfad aus wo ihr es auf eurer festplatte speichern wollt habt ihr nun keinen pc zur verfügung geht das ganze natürlich auch auf dem smartphone das möchte ich euch auch einfach zeigen hierzu öffnen wir einfach auf unserem smartphone das youtube studio wählen uns einfach hier das dementsprechende video unter dem punkt videos aus öffnen es klicken hier oben auf das kleine stift symbol sehen nun hier oben unser thumbnail wir klicken nicht auf thumbnail bearbeiten sondern darunter auf dem punkt thumbnail herunterladen wenn wir diesen punkt anklicken wird nun die datei auf unser handy heruntergeladen und wir finden nun unsere sub mail auf unserem handy unter dem ordner download und können diese hier einfach auswählen und öffnen somit haben wir dann unser vorschaubild und sub mail auch auf dem smartphone gesichert so damit komme ich dann auch schon wieder zum ende dieses videos ich hoffe ich konnte euch in diesem video wieder mal was neues erzählen war dem so so würde ich euch um einen daumen hoch bitten wollt ihr noch mehr meiner video schauen kein problem abonniert hier einfach meinen kanal denn abonnieren auf youtube ist natürlich kostenlos und wenn ihr keines meiner weiteren videos mehr verpassen wollt so klickt doch noch neben dem abo button auf das glockensymbol ich sage damit tschüss bis zum nächsten mal euer mark auf youtube